Jetzt wollen wir eigentlich doch diese Handysucht, die jeder Mensch so in sich trägt, mittlerweile wollen wir eigentlich ein bisschen eindämmen. Vor allem, wenn man so mit einer Mannschaft so zusammen ist, unterhalten wir uns auch öfter mal wieder darüber. So, jetzt mal alle Pfoten weg vom Handy und jetzt können wir hier Handy fragen. Der Timo Werner hat gesagt, dass Sie der Lustigste sind in der Nationalelf-WhatsApp-Gruppe. Achso, ja gut, da hat er mich natürlich jetzt unter Druck gesetzt. Ich versuche natürlich ab und zu mal einen trockenen Kommentar abzugeben, aber die bleiben natürlich wie immer mannschaftsintern. Toni Rüdiger soll sehr lustig sein, habe ich gerade von Leon Goretzka gehört. Ja, absolut. Er sitzt ja auch beim Mittagstisch neben mir und da tauschen wir schon mal ein bisschen die Taktik aus und spielen uns dann im Chat die Doppelpässe zu. Was ist denn der coolste Handykontakt, den Sie haben? Ja, das kommt darauf an. Für manche wäre die Handynummer von Jogi Löw natürlich schon eine ganz wichtige Nummer. Ansonsten haben wir nicht viel Interessantes eigentlich. Wir kennen doch auch Hinz und Kunz. Ja, schon, aber die Nummer habe ich vergessen.